Die Arthiosklerose ist ganz allgemein die Verkalkung von Gefäßen, die im gesamten Bereich des Körpers auftreten kann. Diese tritt vorzugsweise an den Gefäßgabeln auf, also sowohl an der Karottesgabel beispielsweise, als auch in der Leiste, an der Fimuralesgabel und an vielen anderen Gabeln. Diese hat ihre Hauptursache in bestimmten Veränderungen, die man im Blut nachweisen kann, einerseits im Bereich des Cholesterins kann man suchen. Die Patienten haben einen hohen Blutdruck, sie rauchen, sodass durch medikamentöse Behandlung und Lebensstiländerung bereits Abhilfe geschaffen oder eine Verbesserung der Symptome geschaffen werden kann. Wenn es zu einem Gefäßverschluss kommt, muss man auf die Symptome achten. Eventuell ist dann auch der Gefäßchirurg, Angiologe oder Interventionsradiologe gefragt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!